Wissen bedeutet Vorsprung. Aus diesem Grund besuche ich die Vermieterakademie über unseren Tourismusverband. Interessante Vortragende und interessante Themen, die mich sehr interessieren. Das Beste daran ist, dass sich die Vermieter untereinander dann austauschen können und somit lernt man immer was dazu. Wir sehen uns im nächsten Kurs. Servus, ich bin die Elisabeth Kurz-Lindner von der Stefan Ferienwohnungen in den Kitzbühler Alpen. Danke liebe Vermieterakademie für das sensationelle Angebot. Besonders bemerkenswert finde ich den Bereich Social Media und die rechtlichen Fragen. Ja hallo, ich bin die Theresia Reiner, bin die Obfrau vom Privatvermieterverband Tirol. Ich bin ein begeisterter Teilnehmer von der Vermieterakademie. Ich möchte mich ganz herzlich beim Land Tirol sowie bei den einzelnen Tourismusverbänden bedanken, dass sie die Möglichkeit für unsere Kleinvermieter geschaffen haben, dass wir uns auch Wissen aneilen können, kostengünstig und so weiter. Ich kann es nur jedem empfehlen und ein großes Vergeltesgut an alle, besonders an den Toni Habicher, der sich für die Vermieterakademie Tag und Nacht einsetzt. Danke. Grüß Eng, ich bin Marcel Gollmeier. Ich vermiete seit über 15 Jahren in Bett Neuer-Marlberg und habe auch schon an vielen Kursen der Vermieterakademie teilgenommen. Durch diese Kurse ist es mir gelungen, einfach professionell aufzutreten, die Gäste besser zu betreuen und ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu geben. Hallo, ich bin die Alexandra Ladstädter vom Privatvermieterverband Tirol. Ich bin die Bezirksobfrau im Bezirk Reuthe. Für mich ist das Kursangebot der Vermieterakademie besonders wichtig, weil wir uns da vor Ort mit anderen Vermietern treffen, in so Austauschen gut vernetzen können. Aber natürlich auch die wertvollen Themen, die da geboten werden, die seien sehr wichtig für den Vermieteralltag.